Aber ich habe verfehlt. Okay. Aber sie kann jetzt draufhauen. Oh, es hat gereicht. Sehr gut. Ist voll gut. Sehr schön. Dann kann ich sie vorrücken lassen. Sie wird zwar jetzt langsamer, aber immerhin. Was habe ich denn hier? Nicht Feuer, ne? Bitte nicht Feuer. Ne, Stab des Magiers. Okay. Der macht Feuerschaden. Du setzt Madora in Brand. Das Problem ist wegen dieser Ölspur, die du gemacht hast. Ah. Und alles, was ich machen könnte. Also auch wenn ich normalen Schabschaden... Wobei ich glaube, wenn du ihn triffst, wird nichts passieren. Ihn links, gell? Ja, ich würde es probieren. Ich probiere es mal. Ihn ganz links. Ich kann schlimmstenfalls heilen, ja. Toi, toi, toi. Okay, gut. War, glaube ich, gar kein Feuerschaden, oder? Ah, ne, der ist gar nicht ölfischmiert mehr. Okay. Das perlt ab. Kannst du nochmal angreifen, ne? Ne, 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 ne. Ja. Äh, da. Nur, ne, alles gut. Einsteig dran. Oh, geblockt. Sehr schön. Kannst du nochmal angreifen, ja? Ne, leider nicht. Ne, für nix genügend Aktionspunkte. Was ist das hier? Vergiftung behandeln. Halt Vergiftungen. Brauchen wir? Nö, nö, nö. Okay, dann hau ich mal auf ihn drauf. Auf wen hau ich jetzt drauf? Kümmert ihr euch mal um den ganz linken? Wir kümmern uns mal um den Zombie. Ja. Ah, schön. Boah, die ist... Wir tauschen die nicht aus. Die ist genial. Ja, die hat ordentlich Bums, ne? Ist er vergiftet? Da, Stab des Magiers und ab dafür. Uh, der ist fast tot. Nächster Angriff. Äh. Okay. Ah, okay. Sehr gut. Okay, wir können miteinander reden. Oh nein. Oh nein, sie ist vergiftet, sie ist vergiftet. Oh nein. Ähm, warte, warte, warte. Sie kann doch Vergiftungen heilen, warte. Ne, äh, ja gut, ja. Das wäre nicht schlecht. Ich halte sie mal. Okay, ähm, ganz kurz. Die haben was fallen. Schriftrolle, ein... Ah, gehen nicht... Okay, ich hab irgendwas gefunden. Ein... Dungeon, ey. Okay. Ah, diese... Blöden Vergiftungen. Vorsicht. Und ich nur noch den Totenschläger mit. So. Und jetzt können wir miteinander... Ah. Reden, ja. Ein bisschen Abseits, das es gibt. Sie sind zu fortifizieren, ihre Abilitäten. Mhm. Euer Vorbild hat mich zu neuen Höhen beflügelt, die ich mir niemals erträumt hätte. Diese Inspiration ist nicht nur einseitig, mein Freund. Diese Inspiration ist nicht nur einseitig, mein Freund. Oh. Okay, wir können... Wir kriegen nix dafür. Keine romantische Punkte, also. Aber wir haben, ähm, wir haben... Ähm... Punkte zum Verteilen. Wir können wieder was lernen. Oh, ja. Hm. Hm. Ich überlege, ob ich meinen Punkt bei Zauberstab vergebe. Mhm. Das wird sich, glaube ich, lohnen bei Waffen. Hm. Was meinst du? Mach doch, wie du möchtest. Papa. Und was haben wir denn hier noch? Okay. Wunderkinds. Wunderkinds. Mhm. Aber... Aha, 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 aha. Ja, bestimmt den ersten 19-Jährigen auf. Ich meine, wie gut ich mich eigentlich argumentieren kann. Ich überlege, ob ich Falschen nehme. Hm, das wäre auch cool. Ich nehme mal... Äh, Mann. Ich bin sehr... Oder nehme ich Wunderkind? Mhm. Komm, ich nehme Wunderkind. Ich überlege, ich glaube, ich nehme Abgefahren und erhöhe die Reichweite von Zaubern und Schuftrollen. Hm, na. Das ist sinnvoll. Okay, elementare Affinität ist cool. Ähm, verringert die Aktionspunkten von Zaubern, ja. Aber nur, wenn man auf einer Fläche desselben Elements steht. Also Feuer, dann Feuer und so, ne? Magier ist aber auch ganz cool. Magier? Eine Zauberschaftsfähigkeit einmal extra. Ah, kann ich gar nicht lernen, ne? Also, aber ich denke, erstmal würde ich, glaube ich, die Reichweite erweitern, oder? Oder... Nee, oder eine zusätzlich. Warum können wir eigentlich nicht... Stufe 2. Warum können wir so etwas wie Fähigkeiten nicht noch eins höher machen gerade? Ich bin ein bisschen irritiert. Wie, warum? Naja, wir können irgendwie... Zum Beispiel würde ich jetzt gerne Hexerei 2 oder sowas haben, aber das geht irgendwie nicht. Ja, einiges ist eingeschränkt. Vielleicht müssen wir da irgendwie, keine Ahnung, erstmal was anderes. Das gelöhn. Was ist das? Boah, ich bin so unentschlossen. Ne, ich mache, glaube ich, Magier als erstes. Eine Zauberschaftsfähigkeit. Okay. Ja, und dann als... Oder? Die reichen, ja. Oder wir brauchen hier noch was. Ja, komm. Mach mal. Überlege, ob ich Charisma mache. Oder tauschen. Dann kriege ich 10% mehr bei den Handelspartnern. Hm. Und das kann manchmal auch ganz gut sein. Das stimmt. Und vielleicht noch vorsichtig beim Erkennen von Fallen? Das habe ich. Vorsichtig bin ich. Sehr gut, dann... Äh, was... Wie... Hm... Boah. Ich weiß nicht. Ich nehme mal Wunderkind. Irgendwie so... Sonst... Keine Ahnung, was ich sonst noch draus machen kann. Dann habe ich drei Fähigkeiten. Also einmal tauschen, definitiv. Ich mache zweimal... Oh, zweimal tauschen würde mich ordentlich was kosten. Hm. Ah, jetzt... Ah, okay, gut. Jetzt kann ich... Jetzt kann ich die nächsten Punkte wählen. Sehr schön. Hm. Bin ja Hydroshof. Hm. Ah, ich kann jetzt die Schriftrolle des Feuerballs... Sehr gut. Mach das. Ich würde sagen, ich lasse mir noch meine zwei Zusatzpunkte. Ähm, einfach nur deswegen ich... Also, übrigens, wenn jemand verkaufen sollte, dann gib mir das gerne. Ich verkaufe das, weil ich kriege jetzt den Prozent mehr. Oh, jetzt hätten wir die... Jetzt hätten wir die Sachen verkaufen können. Hm. Oder soll ich mir gleich erstmal 20 mehr machen davon? Weil ich meine schlecht... Oh, das ist besser als mein... Okay. Cool. Nee, das lasse ich. Okay, wie sieht's aus? Können wir weiter? Äh, von mir aus. Ja, ich bin fertig. Okay, dann gehen wir mal Richtung Norden. Genau. Da ist ein Wagen. Ist hier irgendwas? Nee, ne? Äh, du bist die mit den Fallen, ne? Ja. Kannst du mal gucken. Sieht's hier nix? Die, hier, die Dings, die Fässer aufmachen. Eine Möhre? Ein Geweih. Da hinten sind noch Kästen. Okay, gut. Nee. Hätte ja sein können. Oh, wer redet da? Außer, also in der Stadt. Okay. Lass uns hier mal lang, hm? Lass uns mal gucken. Da ist ne Ratte. Oh, da ist ein Heuballen. Mal den Heuballen holen. Okay, hier ist ein bisschen was. Wo bist du denn? Achso. Da ist was. Da sind Leute. Da könnten wir hin zu dem, was sagst du? Ja, können wir. Ja? Danke. Ja, lass es probieren. Das Gespräch hat auch angefangen, einfach. Bin drin. Das Name ist Wolfram, und es ist ein Freude zu machen, dass du mit deinem Begründer bist. Gut zu sehen, bei der Beie. Du bist nicht in der Legion. 10 von ihren Begründer haben mich auf eine Fakt-Finding-Mission zu einer Angelegenheit-Burial-Mound. Aber, wie es aussieht, haben sie eine Snowflake-Schanz in Hell gegen die Unwanderung. Ja. Also, wir könnten ihn ja mitnehmen. Ja, auf jeden Fall. Ich seh da aber auch Falltür. Ja, können wir dann zurückkommen. Würde ich sagen, den nehmen wir mal mit. Ich werde es nie wieder zurück in Cicille alleine bringen. Aber du hast so weit getroffen. Du kannst mich zurückbringen, nicht wahr? Mhm. Ähm. Und ob wir das können. Wir können sicherlich. Lass uns los. Ja. Keine Sorge, bei uns seid ihr sicher. Indeed. Don't you worry. We'll keep you safe. Okay. Marvellous. Mighty fine of you. Lead the way, I say. Okay, dann lass uns... ...hin mitnehmen. Wenn er dann in Cicille ist, dann ist er schon mal ein Anfang. Kampf. Kampf. Okay, perfekt. Ah, die sind gespawnt. Okay. Ah, klar. Einer. Ein untoter Mörder. Okay. Ach, der Trottel, der ist so weit vorne. Ja. Ich geh mit ihr mal ein bisschen näher ran. Kannst du es? Ja, alles gut. Okay. Ich geh mit ihr näher ran. Die kann man drauf fahren. Sehr gut. Ich blockier mal den Weg. Mit meinem Charakter. Ich kann dich aber nicht drauf schießen. Zum Beispiel mit einem Felsschlappzauber oder so. Dann gehst du hinter den Typen. Ja. Oder warte mal. Dann stelle ich mich hier ran. Ja, ist gut. Nein, nein, nein. So, jetzt hast du Freibahn. Ach, was macht jetzt? Was macht er? Okay. Der holt nur rum. Nicht schief. Ach nee, Feuerball bringt ja nix. Schriftrolle des Eissplitters. Probier's aus. Schriftrolle? Weiß nicht, ob du Schriftrollen verwenden solltest. Ja, nee. Die kann ich nur einmal verwenden. Das wollte ich dich gerade fragen. Ja, würde ich eher nicht machen, oder? Nee, nee. Dann mache ich hier einen normalen. Das hat ihm gut geschadet. Genau. Kann ich nochmal? Nicht. Nee. Kann ich nicht nochmal. Ich gehe aber mal einen Hauch näher dran. Okay. Ah, sehr gut. Er greift mich an. Aua. Hofe fehlt. Okay. Hau drauf. Sie macht bei Untoten extrem viel mehr Schaden, habe ich das Gefühl. Ja. Perfekt. Oha. Ich habe mir meine Punkte geholt. Eine filigran... Oh nein, er rennt einfach vor, der Idiot. Schau hinterher. Oh Gott. Der ist aber auch selten dämlich. Why are you running? Okay. Deswegen ist er running. Oh nein. Ich habe ihn jetzt gerade abgrundtief, weißt du das? Ja, gell? Warte mal, ich... Wo kann ich mich gut positionieren? So ein bisschen hinter euch, aber immer noch weit genug weg. Ich mache erst mal, den darf. Okay. Sie können sich direkt vor ihn stellen. Weil erreichen würde sie ihn nicht. Und ich stelle mich hierher. Okay. Also die werden uns jetzt angreifen, das ist auch okay. Mhm. Wir gehen mal da so hin. Und machen mal das. Perfekt. Okay. Unsere Madora wird angegriffen und wir werden... Oh, er verfehlt. Sehr schön. Oh, verfehlt. Nice. Aua. Jetzt hat er uns trotzdem getroffen. Sie kann jetzt hier drauf halten. Mein Target ist in Schatten. Oh, schön. Wenigstens einmal getroffen. Ja. Sie kann... Ach, der ist fast down. Ohne F***, passt. Ich prügel den nieder einmal. Jawohl. Ohne F***, ist er tot, oder? Nee, 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 nee. Nee. Okay. Er ist nur hingefallen. Der ist jetzt nur beschäftigt für die nächsten paar Sekunden. Also für die nächsten paar Runden. Wie viele Runden ist er weg? Zwei Runden niedergeschlagen. Jetzt macht er keinen Schaden. Okay. Your turn. Warum muss es auch jetzt regnen, ey? Sorry, ich gucke. Okay. Was gibt es? Ich glaube, Felsschlaggebiet. Okay. Sehr schön. Auf den rechten, ne? Auf den rechten, ja. Yikes. Aber es hat ihn gar nicht erwischt. Was war daneben, ne? Das hat mir angezeigt, dass ich sonst nämlich sie miterwische. Ach, Mann. Okay, gut. Sorry, ja. Er war rot. Na, egal. Kannst du jetzt was machen. Ist alles gut. Jetzt weiß ich's. Sie tötet ihn. So, aber sie bestehen. Nein! Die verfehlt ihn ernsthaft. Warte nochmal. Ey. Okay, gut. Ja, okay, die... Sie hat's... Geschichte. Und... Okay. Ich kann ihm jetzt nicht viel tun, leider. Eil dich vielleicht erst mal. Hm. Ich kann dann gleich mit dem Stab auf ihn gehen. Ach, komm, ernsthaft. Ich verfluche ihn jetzt einfach. Okay. Er weint wieder. Mhm. Du machst jetzt mehr Schaden. Genau, wir gehen jetzt hier mit dem... Schöner Treffer. Kann ich nicht. Kann ich nochmal. Aber jetzt kann unsere Kollegin angreifen, glücklicherweise. Sie kriegt auch noch ein bisschen mehr Schaden. Oha. Jetzt geht's aber los. Und daneben. Aber jetzt einmal getroffen. Verdammt. Ähm. Ich hoffe, ich treffe dich jetzt nicht. Wenn ich durch dich durchschieße, treffe ich dich dann? Probier's aus. Wir werden's sehen. Ja, verfehlt. Ja, oder? Du. Du war verfehlt. Du hast ihn verfehlt, ja. Achso. Toll. Gut. Das war's. Fertig. Okay. Okay. Okay.